Jetzt, Odolmed 3, die Zahncreme mit der Dreifachprophylaxe. Gegen drei Probleme, die jeder Zahnarzt bekämpft. Erstens, Karies. Zweitens, Parodontose. Drittens, Entzündungen durch Zahnsteine. Entdecken Sie Odolmed 3. Weiß bedeutet Kariesprophylaxe. Rot bedeutet Parodontoseprophylaxe. Blau bedeutet Prophylaxe gegen Zahnsteinneubildung. Die Dreifachprophylaxe in einer Zahncreme. Odolmed 3, die Dreifachprophylaxe. Damit in Zukunft weniger Bäume gefällt werden, fällt bei uns jetzt die Verpackung flach. Odolmed 3, die Dreifachprophylaxe. Jetzt ohne Faltschachtel und mit Hygienesiegel. Odolmed 3. Was ist die Verpackung für B dimensionaluzichte ellebißen? Für önem ist es von 2, die Dreifachprophylaxe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.